es heute ist ein Video vom Kanal und wir machen heute einen Kostetex selber beziehungsweise versuchen es zu starten hat auch so weit funktioniert und ich bin ich in der ganzen Nachhinein auch mit dem Ton ähm da ich noch wichtige Informationen habe und zwar beginnt das Event beziehungsweise das Projekt am 31. Juli bis zum 14. August das heißt es sind vier Teams nahe zwei Spieler also zwei Spieler je Team und wir werden ein Kraftattachprojekt starten das ganze ab 31.07. wie gesagt und einmal der Schluss auf Facebook ähm endet am 31.01. bis 1.05. wir wissen oder ich weiß zumindest der 31.01. ist bald und der 1.05. hat natürlich noch Zeit das heißt ihr könnt euch bis dahin und dahin bewerben maximal bis zum 1.05. 2019 ein paar Kollegen machen schon von mir mit der KF Gaming macht bei mir schon mit und ich mache schon mit das heißt ähm es werden Teams auf jeden Fall gegründet das ganze geht in der Snapshot oder Snapshot Version ich ähm schon mal eben kurz nach in welcher Version das ist ich glaube das war ähm in der aktuellen Version also in weil sie es nicht wisst ich schreibe es noch mal unten rein ähm in der Snapshot 19 W04 A jetzt kannst du schreibst natürlich nochmal in das Video rein und unten nochmal in die Beschreibung rein und falls ihr alle Informationen nicht verpasst möchtest du das schreibst du dann folgst 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 du dann auf Instagram auf Facebook natürlich unter facebook.com slash jenagaming.de das ist nochmal alles unten äh Beschreibung ebenfalls der Microsoft Server der ist noch in der Beta der wird auch veröffentlicht vielleicht vor dem Projekt vielleicht nach dem Projekt das ist noch ganz unterschiedlich ähm wie wir alle daran arbeiten und so weiter und so fort und er ist auf der 1.12.2 und ja so ich hoffe es machen relativ viele mit am Projekt und am 31.7. geht das erste Video los hier auf Ida dem Youtube Kanal und vielleicht noch auf meiner Homepage das ist aber jetzt ein anderes Thema zum Projekt das heißt dass jeden Tag in den Sommerferien in Bayerisch Sommerferien ein Video kommen wird und zum Kraft-Attack das heißt es wird Kraft-Attack kommen es wird vielleicht noch andere Videos kommen die ich im Vorhinein Macherschneider und da ist Hochleiter oder sonstiges wird dann alles so irgendwie dann kommen und ja ich würde sagen danke fürs Zuschauen hier bei dem Video und ich hoffe es machen relativ viel über Kraft-Attack-Pay mit und ja ich bin Jena ich bin raus bis zum nächsten Video haut rein und ciao